mäßiges hallo zu einer weiteren folge minecraft impossible die zweite folge heute oder jetzt mein kanal wurde genehmigt von meinen eltern das sag ich jetzt nicht und jetzt werde ich erst einmal mein haus weiter bauen wie ich es auch schon im letzten video gesagt habe ja ich hoffe ihr habt spaß daran das video zu sehen das dauert jetzt nicht mal annähern so lange wie das andere aber ich wollte einfach noch mal euch zeigen wie ich es so drauf habe und einfach noch ein bier machen und ich habe mir halt so gedacht ich habe ja schon einen die ersten zombies ich glaube wir brauchen langsam ein schwert ich glaube ich sollte mal die bäume wieder anpflanzen ich habe fast keine bäume mehr und ohne bäume auch kein holz und ohne holz so könnten wir uns sagen habe ich wirklich gar kein baum mehr ich glaube ich muss doch noch bäume haben ach ja da habe ich noch zwei bäume ich glaube ich muss wirklich mal mehr holz fahren soll ich das am besten machen und jetzt mache ich das mal auch klein wenn ihr natürlich aber das anpflanzen dauert ziemlich lange und das wachsen dann auch wir sollten dann bald mal das skelette töten dann können wir unser Haus auch kratz kratz zusammenbauen obwohl ich das machen also es ist natürlich gut ich glaube ich mache das jetzt mal ich gehe jetzt mal wieder in mein haus und dann werden wir mal weitersehen da hinten ist mein haus ich gehe jetzt mal wieder rüber oh verdammt oh nein oh verdammt oh nein ein skelett aaaah skelett 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 ach so gleich mal verdammt nein nein ich glaube wir machen noch das trug mal so und dann so und machen wir dann einfach so und dann haben wir das schon jetzt müssen wir nur mal runter das war jetzt nicht geplant dass eine hexe steht das ist wirklich mein ernst ich habe nicht geplant dass eine hexe steht das geht's lol ah ah ich bekomme nicht von denen was so das ist gar ein Ende mal hin aber ich sage jetzt tschüss und viel Spaß das ist gar nicht